Hallo, willkommen hier in den HOFA Studios. Mein Name ist Baris Bietz. Ich wurde eingeladen und um euch über Drums und Mixing von Drums zu erzählen. Wir werden über Hip-Hop Drums hauptsächlich sprechen heute, über Parallelkompression, über Kompressionen allgemein, IQ. Ich gehe meine ganzen Ketten mit euch durch, die ich habe, ohne da irgendwas zu verstecken oder so. Alles wird offengelegt. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was mitnehmen. Ich mache diese Workshops nicht so oft, deswegen sieht es mir nach. Ich gebe mir Mühe. Und ich würde mal sagen, wir machen mal eine kleine Übersicht von dem Workshop. Und zwar, wir fangen an einfach ganz normal. Drum-Set, Samples, Auswahl, wo kriegen wir welche her. Ganz normal. Dann werden wir weitermachen mit der DAW-Ordnung. Wie ordne ich die Drums an? Am besten immer in Bussen und so. Das zeige ich euch. Danach gehen wir über IQ, Kompressor, Distortion etc. Dann schauen wir uns das an, machen ein bisschen rum, hören uns an, wie es sich anhört, was man machen kann, was nicht. Dann gucken wir uns an, wie wir Kick und 808 zusammen kriegen. Also wie wir das machen, dass die sich gegenseitig nicht stören in den Frequenzen und sowas. Dann geht es weiter. Drumbus-Bearbeitung, Parallelkompression, wie gesagt. Dann gucken wir, dass wir das Drum-Set mit der Melodie und den Harmonien und so in Einklang bringen, dass sich das gut anhört. Und zum Schluss gibt es dann nochmal ganz entspannt allgemeine Fragen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mich dann irgendwas fragen und ich versuche dann alles zu beantworten, was ich kann. Dann würde ich mal sagen, geht es los. Direkt in der DAW. Dann hören wir uns erstmal einen Beat an, den ich gemacht habe. Allgemein hören wir uns an und dann schauen wir mal, was wir da alles raushören. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wie ihr gehört habt, es ist ein Drillbeat, etwas moderneres. Die Drums sind sehr, sehr laut und sind im Vordergrund. Das ist auch das, was wir erreichen wollen natürlich im Hip-Hop. Die Drums sind das wichtigste Element im Hip-Hop-Bereich, auch in der neuen Popmusik. Ohne Drums, die knallen, funktioniert es halt einfach nicht. Deswegen würde ich sagen, gucken wir uns das auch an. Wie baue ich das auf sozusagen? Ich mache das immer so, dass ich Melodien und andere Sachen in eine Busgruppe packe. Sozusagen Untergruppe, Melodien, ID. Danach kommt Untergruppe, Main. Da sind meine ganzen Samples drin und so. Die werden aber halt auch gebounced. Egal, ob es ein Synthie ist oder ein Sample. Ich bounce das alles, damit ich das alles als Wavespuren habe. Und dann haben wir hier die Main. Dann haben wir hier den Core und String zum Beispiel. Die habe ich dann separat gemacht, damit ich die einzeln bearbeiten kann. Und dann habe ich die Hits und Bells. Hier ist das FX. Und hier ganz unten ist natürlich das Drumset. Das ist ja das, was wir heute bearbeiten wollen. Schauen wir uns das an. Auf jeden Fall ganz wichtig, dass ihr Busse macht. Ohne Busse funktioniert das Ganze nicht, weil wir brauchen Busse, um das Ganze dann nochmal zu verkleben und dann nochmal in den Mix einzubringen. Das zeige ich euch dann. Wir gehen mal ganz easy durch. Wir fangen mal an mit der 808. Was habe ich da für Kompressoren und warum habe ich sie reingemacht? Und überhaupt. Also wir fangen an. Auf die 808 hören wir uns mal an. Ja, ganz easy 808 eingespielt. Dann fangen wir mal an. Wir haben hier einen Färbfilter. Und wie ihr seht, habe ich hier sozusagen das auf die Saiten gelegt und habe halt in den Saiten und Mitten, also die Saiten habe ich gar nicht bearbeitet, sondern nur die Mitten, sozusagen die Saiten weggemacht, damit die Mitten durchkommen. So ein bisschen, weil Bass ist ja meistens Mono, obwohl dieser Bass auch Stereo ist. In der neuen Musik, in der Popbranche wird auch viel mit Stereo Bass gearbeitet. Also es ist jetzt nicht mehr so extrem wichtig, dass alles in Mono ist. Es ist gut zum Mix später, aber es gibt ja auch Bässe, die zum Beispiel links-rechts gefadet werden, auch im Drill- und im Trap-Bereich. Daher, das ist nicht mehr die krasse Regel, die man einhalten muss, sondern es ist schon gut, wenn es sehr mittig ist und die Saiten halt ein bisschen abgeflachter. Daher habe ich das als ersten EQ einfach drauf gemacht, weil der schon sehr, sehr fett war, der Bass. Als zweites habe ich einen kleinen Filter reingelegt und zwar halt mit einem Ratio von 2,2 oder so. Einfach, ich habe mir das angehört, habe versucht, das Ganze ein bisschen dicker zu machen, und habe dann hier mit dem Threshold langsam angehoben, bis es so kompressiert wurde, dass es mir gefällt, dass es sich schön stabil anhört und auch ein bisschen dicker wird dadurch sozusagen. Attack habe ich bei 4 Millisekunden gelassen, da kann man auch rumspielen, wie es sich für einen am besten anhört. Genauso den Release, den habe ich dann auch dementsprechend angepasst, dass er sich für mich sozusagen dementsprechend auch gut anhört. Das ist der Kompressor dazu, einfach nur so ein bisschen dicker gemacht. Dann natürlich Saturation, das würde ich sowieso immer empfehlen. Da könnt ihr auch verschiedenste Plakten nehmen. Ich habe hier ganz minimal, wie ihr seht. Nur so ein bisschen, damit einfach Anteile in den Höhen nochmal hervorkommen und dass man den Bass auch, sage ich mal, auf kleineren Monitoren wie Kopfhörer oder Handys und all so Bluetooth-Boxen, da gibt es ja nicht so tiefe Frequenzen, die man hören kann, sondern da muss man halt mit oberen arbeiten. Und dass der Bass hörbar ist, macht man halt immer ein bisschen Saturation rein. Da würde ich halt echt empfehlen, irgendeinen zu nehmen und dann einfach auszuprobieren, was sich gut anhört, was sich im Mix durchsetzt. Das hören wir uns gleich an. So, und zum Schluss habe ich ein Plug-in, das heißt Duck-Out. Da kann man aber auch einen dynamischen Equalizer oder sowas nehmen oder allgemeinen Kompressor. Der macht nichts anderes, als den Bass runterzudrücken, wenn die Kick kommt. Deswegen, da muss man das hier natürlich Side-Chain. Dann nimmt man hier einfach den Side-Chain und stellt dann das auf Kick ein. Und dann kann man das auch schon hören. Und zwar, wenn die Kick einfach auch gar nicht drin ist, wird er das schon machen. Ihr hört es, wenn die Kick kommt, dann drückt er das runter. Man kann das ja mal übertreiben. Ihr hört es, dann drückt er den Duck da den runter. Dann macht man halt nicht so viel, dann macht man nach Gehör, damit es auch dann sozusagen die Kick sich darin einbettet. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir nehmen die Kick mal dazu. So, bei der Kick habe ich wirklich diesmal ein bisschen heftig mit Plug-ins gespielt, weil es hat mir einfach gefallen, dass ich da so den Sound habe. Daher habe ich hier halt auch wirklich einiges an Plug-ins reingehauen. Fangen wir mal ganz oben an. Ich habe erst mal ein bisschen Gain rausgedreht, weil ich hatte das zu laut sozusagen aufgenommen, damit er halt in die Plug-ins nicht sozusagen zu heftig reingeht und es dann gleich irgendwie übersteuert und man kaum spielen kann, habe ich es ein bisschen runtergedreht. Ich habe dementsprechend danach ein IQ gelegt. Habe so bei, ja, bei so bis 30, würde ich sagen, kann man eigentlich bei Kicks meistens alles komplett mit einem Cut wegmachen. Da ist hier sozusagen nichts mehr. Da ist es nur noch gerümpelt und es macht den Mix nur noch dick, obwohl man den dort gar nicht dick haben will und dann wird es halt nicht mehr so laut und so. Deswegen habe ich das hier so rausgenommen. Dann habe ich bei 70 Hertz sozusagen ein wenig nur hier 2,87 dB angehoben, einfach nur, damit da ein bisschen stabiler wird die Kick und hier bei 150 Hertz habe ich ein bisschen abgesenkt. Einfach nur, weil ich fand, wenn man das hier so hoch macht, dass es einfach dann auch zu dick war, weil der Bass braucht auch noch so ein bisschen Platz und dementsprechend habe ich das so eingestellt. Einfach vom Gehör her. Das muss man dann einfach hören und dann passt das schon. Als nächstes habe ich den Putec EQ P1A reingemacht. Und zwar, das ist ja so ein berühmter EQ, den gibt es ja von allen verschiedenen Firmen und den würde ich wirklich auf Kicks und auf Drumsets allgemein immer wieder empfehlen. Das benutzen wirklich sehr, sehr viele Audi-Ingenieure und Produzenten, einfach nur, weil sich das bei Hip-Hop zumindest am besten anhört. Okay, ja, kann ich zeigen. Ich zeige euch gleich, wie ich das gruppiert habe. Sofort, nachdem ich das erklärt habe. Wie gesagt, ich habe hier den, es gibt den Putecrick, der funktioniert eigentlich so, dass man anhebt und gleichzeitig auch absenkt. Und das macht man halt eigentlich im tiefen Bereich, sodass das zwar dicker wird, aber trotzdem durch das Absenken irgendwie auch stabiler in diesem Bereich. So hört es sich jedenfalls für mich an. Da habe ich bei 60 Hertz, habe ich zwei geboostet und habe auch vier rausgenommen. Man kann ja mal rein und raus machen, die Plug-ins. Wir machen mal die Kick alleine, machen wir alle anderen raus. So, mache ich die raus. Ihr hört es direkt, das ist nicht mehr so stabil und so dick. Und wenn ich den wieder rein mache, dann merkt ihr, da ist viel mehr Kraft in der Kick und viel mehr Energie. Als nächstes habe ich noch einen genommen. Aber diesmal den MQ5. Der ist ein bisschen die abgespeckte Version davon. Und hier habe ich nur leicht 2 dB geboostet bei 3K. Und bei 300 Hertz habe ich auch noch mal so einen kleinen Dip reingemacht, damit es einfach nicht so matschig wird. Sonst geht die Kick irgendwie so auf und dann ist es zu viel Bass und ist nicht mehr so solid, wie man sich das so vorstellt. So, kannst du mir kurz zeigen, wie du den Logic so gruppiert hast? Nutze selbst Logic. Das ist jetzt noch nicht so ganz gepeilt. Klar kann ich dir das zeigen. Und zwar, wenn du jetzt zum Beispiel die Drumgruppen hast, dann machst du einfach von hier nach oben drücken und alle anklicken. Dann gehst du auf rechte Maustaste und hier steht dann normalerweise Spurstapel erzeugen. Dann gehst du da drauf. Ich kann es ja mal kurz versuchen, indem ich einfach mal 2 rausziehe. Wenn wir jetzt die beiden als Spurstapel machen wollen, dann klicken wir hier und dann klicken wir die beiden an. Dann rechte Maustaste, Spurstapel erzeugen. Und dann musst du hier Summenstapel nehmen. Ordnerstapel wäre zwar auch eine Gruppe, aber die kannst du dann nicht mehr bearbeiten. Das heißt, du kannst dann nicht mehr Plugins oder so reinsetzen. Ich kann hier erstmal einen Ordnerstapel machen. Hier, dann passiert das. Dann hast du hier den Ordnerstapel. Aber du siehst hier, du kannst nur, oder auch im Mixer siehst du das dann auch noch besser, du kannst hier nur, das ist die Spur, laut und leiser machen. Die beiden einzelnen Spuren. Sozusagen das ist nur eine Summierung, wo du laut und leiser machen kannst. Wenn wir das wieder auflösen, rechte Maustaste, Spurstapel reduzieren, dann sind die wieder frei. Aber ich würde immer empfehlen, wenn du Drums hast, immer Spurstapels erzeugen, also eine Gruppe. Einfach hier Spurstapel erzeugen, dann gehst du hier auf Summenstapel, ganz wichtig. Und zack, da hast du deine Summenstapel und dann kannst du auch hier, wenn du in den Mixer gehst, siehst du halt auch, du kannst sie weiter routen oder kannst du hier deine Kompressoren und Plugins alle reinmachen und dementsprechend auch weiterarbeiten. Ich würde das auf jeden Fall für die Übersicht immer alles definitiv in Gruppen halten, damit du auch schnell zugreifen kannst. Und das hilft ungemein. So, jetzt reduzieren wir das mal wieder. Und löschen das mal wieder. So. Machen wir weiter. Wir waren hier bei der Kick. Wir haben hier den zweiten IQ reingemacht. Einfach nur ein bisschen, dass es ein bisschen an Höhenanteilen hat und nicht so stumpf klingt, die Kick einfach. Dann wird die auch so ein bisschen punchiger irgendwie und setzt sich auch viel schöner im Mix durch. Hören wir uns beide mal an. Wie ihr hört, wenn die Kick kommt, geht der Bass runter. Das ist ganz wichtig, damit es pumpt. Man kann ja die Kick mal ein bisschen aufdrehen noch. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das Gedakte hier rausnehme, dann hört ihr den Unterschied. Dann klingt es nicht mehr so stabil und die Kick verschwindet so ein bisschen und die Frequenzen überschneiden sich und das hört sich dann nicht mehr so gut an. So, dann gehen wir mal weiter. Dann habe ich auf der Kick noch einen Kompressor. Ganz easy, Threshold habe ich jetzt reingedreht, bis es sich für mich gut angehört hat. Das ist hier bei 24,9. Bei der Ratio bin ich bei der Kick meistens bei 4,0. Das ist immer, oder 4,1. Das ist immer das, was ich empfehlen würde bei Kicks, nicht zu viel, weil sonst pumpt das ein bisschen und die Transienten gehen halt komplett flöten. Deswegen Attack bei 10 Millisekunden. Da kann man halt gucken, wenn man das jetzt voll reinzieht, dann ist natürlich so, dass die Transienten immer mehr verschwinden und der erste Schlag sozusagen wird dann komplett runtergedrückt. Dementsprechend machen wir das mal wieder so auf 10, sodass wir so den ersten Transienten durchlassen können und die Kick halt trotzdem lauter wird, weil sie die weniger hohen Teile hochgehoben werden sozusagen. Release. Dementsprechend auch, je nach Gefühl, muss man sich anhören, ob es, da gibt es jetzt keine krasse Formel. Da muss man echt gucken, dass man die Transienten vorne rauslässt und zusieht, dass wenn die nächste Kick kommt, dass der Release schon wieder vorbei ist und dass es ihn nicht sozusagen so lange gezogen hat. Dann habe ich hier so ein bisschen am Wet und am Dry Gain sozusagen rumgespielt, damit es nicht komplett reingeht, sondern leicht wie eine Parallelkompression wirkt und das Ding nicht komplett zerdrückt sozusagen, weil ich habe noch ein paar andere Sachen reingemacht. Ich habe ein bisschen übertrieben, ja, aber das hat auch Spaß gemacht. Als nächstes, damit das so ein bisschen, ja, Saturation kriegt, so ein bisschen sich durchsetzen und dicker wird, habe ich den guten alten Sausage-Fetina genommen. Da gibt es Meinungen, die gehen auseinander. Ich persönlich benutze den sehr oft, weil ich den einfach vom Flow her, vom Arbeitsfeeling extrem gut finde und meiner Meinung nach ist der für Hip-Hop auch echt sehr, sehr gut geeignet. Wir machen den mal an und aus. Machen wir mal nur die Kick. So, jetzt habe ich den drinne gehört, jetzt mache ich den aus. Man hört direkt, das kommt nochmal dicker, nochmal voluminöser, aber halt irgendwie auch nicht so viel lauter, sondern irgendwie stabiler, so das mag ich. Und dann kann man hier bei dem Plugin gucken, dass man hier, man kann das auch hier komplett übertreiben, ja. Dann klingt das richtig, aber wir wollen ja nicht übertreiben, dann machen wir mal wieder zurück. Und dementsprechend kann man hier noch den Gain dementsprechend nachjustieren. Also das Plugin ist für Hip-Hop-Drums sehr, sehr gut und auch sehr, sehr gut geeignet. Als nächstes nochmal Saturation, weil es mir nicht gereicht hat, habe ich nochmal von Softube den Saturation-Knopf reingemacht. Ich benutze den so oft, weil das wirklich, mir ist es wichtig, dass Plugins nicht so kompliziert sind, beim Produzieren zum Beispiel. Also wenn ich da rumproduziere, dann möchte ich mich nicht mit Mixing beschäftigen oder so, sondern einfach nur so schnell wie möglich den Sound erreichen, den ich haben möchte. Und es geht mit dem Saturation-Knopf eigentlich meistens immer sehr, sehr schnell. Dann zieht man den rein und guckt, ob High oder Neutral oder Low, dann spielt man rum. Je nachdem wird es halt dann sich anhören. Und ich habe das auf Neutral gelassen, habe ein bisschen reingehauen. Wir hören uns mal an. Ohne. So, jetzt machen wir den mal rein, damit ihr den Unterschied hört. Manchmal sind es ja subtile Unterschiede, also ihr müsst auch schon genau hinhören. Aber hier hört man das schon direkt, dass durch die Saturation wirklich die Kick nochmal richtig aufgeht. Also das ist sehr, sehr wichtig. Bei Kick immer Saturation. Aber nicht übertreiben, immer gucken, dass es passt. Nicht so wie ich. Ich übertreibe manchmal, aber macht ja auch Spaß. Als nächstes habe ich einen Clipper drin. Da könnt ihr auch, neben welchen ihr wollt eigentlich. Und jetzt hört ihr, der Clipper, der schneidet halt alle Signale oben ab und drückt die nochmal zusammen sozusagen. Und man hört halt, dass es punktiert. Das macht richtig so einen Schlag. Und das ist das, was wir erreichen wollen. Als letztes habe ich nochmal ein IQ reingemacht, um einfach nochmal zu shapen. Mir war hier zu viel irgendwie, hier war mir zu wenig. Habe ich noch ein bisschen Höhen reingemacht, damit sich das auch gleich im Mix nochmal durchsetzt. Wir lassen nochmal beide zusammenspielen. Wie meinst du, wie sollte man Kompressoren nutzen, sowohl für Synth als auch bei den Drums? Ja, wie sollte man die nutzen? Man sollte sie auf jeden Fall nicht zu viel aufdrehen. Man muss halt gucken, dass man, ja, bei Kicks würde ich immer von Ratio ausgehen, zwischen 4 zu 1 bis 8 zu 1. 8 zu 1 dann halt eher bei Parallelkompressionen oder so. Und man muss halt gucken, dass du den Attack immer richtig einstellst. Das ist bei Kicks sehr wichtig. Wenn du den Attack auf Null machst, dann nimmt er die ganze Kick und zerdrückt die, hast du gar keine Transienten mehr. Deswegen musst du den Attack ein bisschen kommen lassen, so wie es dir passt, sodass es schön ist. Und beim Release genauso. Da guckst du halt, dass, wenn die nächste Kick kommt, dass der Release schon wieder oben ist und nicht zu lange braucht. Das siehst du auch. Teilweise ist das ja grafisch dargestellt oder du hörst es auch. Irgendwann hört man das auch ganz klar raus. So, das waren die beiden Kick und Bass, was sehr wichtig ist. Wie gesagt, wichtig ist, dass man versucht, die Kick da reinzubasteln in den Bass. Ich mache das hauptsächlich immer mit Duckings, weil das pumpt irgendwie dementsprechend. Und in Hip-Hop ist das ja auch mittlerweile, wie im Elektro-Bereich auch, dass die Kicks schon pumpen und nicht nur so irgendwie im Hintergrund plätschern, sondern das ist eines der wichtigsten, wenn nicht das wichtigste Signal und Spuren im Beat. Als nächstes nehmen wir mal die Snare dazu. Da habe ich gleich zwei, weil ich die gelayert habe. Hören wir die uns mal an. Ihr hört, da ist auch gleich ein Hall drin. Man sagt ja immer, ja, kein Hall auf die Kicks und Snare und so. Mir ist das egal. Ich mache alles, was mir Spaß macht. Dementsprechend mache ich zum Beispiel auf dem Bass und Kick selten mal einen Hall, wenn dann eher bei Boom-Bab-Geschichten, bei Trap und Drill weniger. Aber hier kann man zum Beispiel ganz schön auf die Snare einen sehr langen Hall legen, habe ich auch gemacht über einen Boost. Da gehen wir mal rein. Aber ich zeige euch vorerst mal, wie ich das sozusagen bearbeitet habe, das Signal. Und zwar beide habe ich mit dem gleichen Signal eigentlich bearbeitet. Hier habe ich, die Snare hatte schon einen sehr, sehr guten Sound. Und dementsprechend habe ich nicht viel gemacht. Ich habe ein bisschen hier bei 40 Grad mit 6 dB einfach so ein bisschen runtergecuttet. Und hier war irgendwie eine Frequenz, die war so sehr, ja, muddy, würde ich mal sagen. Das ist aber meistens bei 300 Hertz so rum. Sind viele, ich sage mal, ja, viele Instrumente und so haben da hier einen Punkt, wo es halt immer ein bisschen blöd klingt. Hören wir uns das mal an. So, wir hören uns die mal alleine an, die Snares. Also die eine erstmal, ne? Damit ihr wisst, was ich gemacht habe. Jetzt mit. Jetzt ohne. IQ. Ihr hört, das ist ein bisschen weniger Energie in den tiefen Bereich. Vielleicht nicht viel, sehr subtil, aber in Kombination mit der anderen seht ihr, da habe ich ein bisschen was, habe ich ein bisschen sozusagen, naja, ich habe es gar nicht angehabt, sozusagen ein bisschen woanders gedippt. Und zwar hier und die hier. Einfach nur, damit die beiden, das hat sich so gut angehört, wenn die beiden zusammen waren. Und als ich das dann runtergezogen habe, dann hat es sich noch viel besser angehört. Ich kann es euch mal zeigen. Also zusammen gelayert, hören die sich so an. Schön dick, die eine Snare. Ihr müsst gucken, was ihr leayert. Ihr müsst halt immer gucken, was fehlt bei der einen Snare, was bringt die andere Snare mit. Bei den Kicks genauso. Kicks leayern ist so ein Ding, mittlerweile, glaube ich, machen das wenig Leute, weil es gibt auf dem Markt so viele Drums. Und ihr müsst darauf aufpassen, was ihr für Drums kauft oder runterladet oder so. Es gibt ja auch viele Free Drums bei Reddit. Da kriegt ihr wirklich die besten Free Drums mit. Da habe ich mir auch sehr, sehr viele Drums geholt und versucht zu leayern und dies und das. Ich würde empfehlen, sucht euch ein Paket Drums, was gut ist, wirklich gut, und versucht damit dann euren Sound hinzukriegen, weil irgendwann verliert man auch einen Überblick und nimmt jedes Mal einen anderen Drum. Aber man braucht ja auch einen Signature als Produzent. Deswegen sucht euch eine Drum und arbeitet immer mit der, bis ihr den Saft richtig aus der Drum rausgekriegt habt. Und dann könnt ihr ja gucken, wie ihr weitermacht. Also wir sind jetzt hier bei der Snare. Dann habe ich noch einen Kompressor draufgelegt, ganz easy, damit die Snare so ein bisschen stabiler wird, nichts Wildes. Hier Threshold bei 30 einfach reingezogen, bis es halt für mich stimmig angeht, Ratio bei 2,5 zu 1. Attack habe ich ganz, ganz spät erst reingemacht, einfach nur um den Transienten nicht zu zerstören und Release relativ schnell im Gegensatz zum Attack, damit die auch schnell wieder am Start ist. Das gleiche auch mit der oberen, also die beiden nehmen sich nicht viel. Ich glaube genau, da ist das Gleiche eingestellt, damit das einfach zusammen harmoniert und Kick, Bass und Snare dann so an. Nö, ist schon saftig. Ja, ich arbeite hauptsächlich tatsächlich viel über Hörerfahrung, Bauchgefühl, weil Hip-Hop ist auch eine Sache. Natürlich, es gibt Sachen, die muss man einhalten. Das sind einfach Regeln, die so funktionieren physikalisch. Aber ich würde sagen, probiert euch aus. Neuer Sound entsteht ja nicht, wenn man immer das Alte macht, sondern es gibt immer neuere Plug-Ins, immer geilere Plug-Ins. Plug-Ins, die dir extrem viel Arbeit abnehmen und dadurch auch die Arbeit an sich kreativer wird, wenn man sich nicht mehr mit dem ganzen technischen Zeugs beschäftigen muss. Mir ist es immer wichtig, dass es sich musikalisch anhört. Der Weg dorthin, es ist egal, viele Wege führen nach Rom. Hauptsache, man hat den Sound, den man auch haben möchte. Darum geht es ja. Und das ist halt auch mein Anliegen. Ich mache viel mit über Gehör, wie es sich für mich anfühlt. Natürlich gucke ich dann auch mal in den Analyzer und gucke, okay, hier sind ein paar Frequenzen, die stören und so, dann gehe ich nochmal rein. Aber das ist ja alles Mastering und so. Wir wollen uns ja heute hauptsächlich um die Drums kümmern, dass die fett sind und schmettern. Mixing, Mastering, kompletten Track, vielleicht, wer weiß, machen wir das ja auch noch. Okay, wir gucken weiter. Wir haben jetzt hier eine Snare-Roll. Die ist auch ganz entspannt bearbeitet worden. Hier habe ich halt bei der Snare relativ viel sozusagen rausgenommen in den Tiefen, weil ich das einfach nicht gebraucht habe. Das ist einfach zu viel gewesen. Wir hören es mal an. Die Snare-Roll geht auch links, rechts, ist die auch gepennt. Frage, mixt du deine Beats über Kopfhörer oder über Monitore? Ich mixe über beides. Ich fange meistens an, über Boxen zu mixen und wenn ich merke, okay, über Boxen, meine Ohren haben da keine Lust mehr drauf, dann nehme ich Kopfhörer und das wechsle ich immer ab. Und wenn ich was räumlich sozusagen, wenn ich Hallbearbeitung mache oder kompressiere, dann benutze ich tatsächlich einen Kopfhörer. Also auch keine, ich mag keine geschlossenen Kopfhörer, das sind offene Kopfhörer und die sind schön luftig und da kann ich das für mich besser raushören. Aber das ist eigentlich egal, weil im Endeffekt zählt ja das Ergebnis, was man da sozusagen rausbekommen hat. Okay, wir machen weiter hier. Wir haben hier die Tiefen rausgenommen, damit die Snare einfach untenrum den anderen Elementen Platz lässt. Ich habe hier oben weiter nichts gemacht, dafür aber mit einem Putec nochmal ein bisschen Tiefen geboostet bei 100 Hertz und bei 4K nochmal die Höhen. Einfach nur damit, weil ich das mit dem mit dem anderen IQ einfach mit dem Pro-Q3 nicht machen wollte, weil das ist so ein schöner analoger und er hört sich halt so ein bisschen crispy-mäßiger an, würde ich jetzt mal behaupten. So in der Art. Also wir hören mal schnell rein. Einmal ohne. Einmal ohne alles. So. Das ist die Roll. Ihr habt sie gehört, die ist eigentlich schon ganz okay. Aber machen wir nochmal das hier rein. Ihr hört sofort, es klickt schöner, es klickt, wie soll ich sagen, bei Hip-Hop ist auch wichtig, dass das Drumset und so edel klingt, nach Luxus so. Oh, da ist, da ist was drinne und so. Das muss sich anhören, als ob da dran gearbeitet wurde. Das könnt ihr euch schon mal merken bei Hip-Hop. Wenn ihr wollt, dass eure Beats irgendwo angenommen werden, dies das, dann versucht, keine Rough Beats zu schicken. Und versucht die sogar zu mastern, das zeige ich euch auch noch. So laut wie möglich. Hört sich blöd an, Lautness wahr und so und alles mögliche. Aber, wenn ihr Beats platzieren wollt, müssen die lauter sein als die anderen. Das ist kein Spaß. Und dann fällt das auf. Und egal, wer Künstler, sind keine Wissenschaftler. Ja, Künstler hören sich an und sind genauso beeinflussbar durch psychoakustische Sachen wie jeder andere Mensch auf. Daher würde ich immer empfehlen, so laut wie möglich auch die Beats, weil im Endeffekt, wenn er dem gefällt, dann kriegt er die Spuren und dann wird das eh nochmal gemixt. Daher ist das sozusagen so ein Tipp von mir, so laut wie es geht und so viel Druck wie es geht. Auch kann auch übersteuern, ist nicht wild, das wird im Mix sowieso wieder alles geregelt. So, weiter geht's. Danach habe ich nochmal einen Kompressor, auch wieder hier die gleiche Einstellung wie bei den Hi-Hats und bei den Snares meine ich natürlich. Die sind bei den Hi-Hats immer gleich. Diese Einstellung lasse ich meistens so bei Sachen, wo ich jetzt gar nicht so den Kompressor hören will oder die schon als Sample sehr dick sind oder schon durch Kompressoren gejagt wurden. Nur damit das schon stabil bleibt, dass gewisse Peaks einfach nicht zu krass rausspringen. Deswegen haue ich dann immer noch so einen kleinen Kompressor rein. Und das war es eigentlich auch schon mit der Snare-Roll. Genauso gleiche Bearbeitung mit einem bisschen, ich sag mal, anderer Kurve hier ist auch bei der Procraste, die ja eigentlich auch sehr wichtig ist, alleine nur für den Drive und so. Und da habe ich die gleiche Bearbeitung gemacht, also mit den gleichen Plugins. Wie gesagt, hier einmal bis 730 Hertz tatsächlich Low-Shelf einfach alles rausgezogen. Ich meine, Low-Cut alles rausgezogen und hier einen kleinen Dip bei 5200 Hertz, weil es mir dann zu harsch wurde, würde ich sagen, schon fast. Und so hat es sich für mich ganz, ganz passabel angehört. Zusammen sind wir jetzt hier. Leute, könnte man theoretisch auch noch ein bisschen lauter machen. Ja, so knallt es, so würde ich es lassen. Weiter geht es mit den Hi-Hats. Das ist wirklich so, da habe ich die halt eingespielt und ich habe die halt nach links und rechts komplett gepennt am Anfang. Also schon beim Beat produzieren. Ich habe den Beat gemacht und dann habe ich alles gebounced. Alles in einzelne Spuren, damit ich alles auf Wave habe und alles das schön dementsprechend dann mixen kann. Würde ich euch auch empfehlen, um den Rechner zu entlasten, übersichtshalber, immer schön Wave-Bouncen und dann kann man damit auch sehr, sehr schön arbeiten. Man sieht auch alles als Wave-Spur, wenn mal irgendwo was ist, was nicht passt, dann sieht man das ganz genau und das ist auch noch so ein Tipp. Versucht immer alles auf Wave zu bouncen, ist entspannter für den Rechner und auch übersichtlicher, meiner Meinung nach. So, wenn man natürlich fertig ist und weiß, da wird nichts mehr verändert oder so. Als nächstes die Hi-Hats, die haben auch wieder ganz standardmäßig bei mir immer ein IQ und dann halt nochmal so ein Sauber-Mach-IQ sozusagen, nenne ich den immer, so den Hausmeister und danach kommt hier der Polierer. Der macht das dann nochmal schön in den oberen Bereichen, lasse ich dann immer nochmal ein bisschen Vintage-Flavor rein und halt auch hier wieder der gleiche Einstellung, da habe ich nichts verändert. Die habe ich einmal eingesetzt und hat sich bei den ganzen restlichen Drum-Signalen hat es jetzt einfach für mich schön angehört. Open-Hired genau das gleiche. Gucken wir auch nochmal kurz rein. Ja, schon fast zu viel, aber hier ist auch genau wieder das gleiche. Hier habe ich, wie gesagt, ich arbeite viel mit EQs als erstes. Macht immer erstmal, hört es euch an, die Frequenzen, die ihr nicht braucht hinten, raus, die braucht kein Mensch. Macht Platz für den Mix. Ja, auch bei den Drums, ganz wichtig. Alles raus, was hier hinten, das ist Platz für den Bass und für die Kick. Wie gesagt, das ist das Wichtigste. Hier so ein bisschen angehoben, hier ein bisschen runter. Ja, wie gesagt, ihr müsst gucken, jedes Sample ist auch anders. Dementsprechend müsst ihr es euch anhören und entscheiden, was ihr da boosten oder auch nicht boosten wollt. Die Shaker habe ich auf links-rechts getrimmt, sozusagen, dass da ein bisschen Spiel ist, nicht so langweilig. Hören wir uns das mal an. Ja, da ist auch die gleiche Bearbeitung wie bei den anderen. Gehen wir mal rein hier. Ja, hier auch wieder alles weg. Hier nichts angehoben, weil es da nicht gepasst hat. Dafür habe ich hier wahrscheinlich, genau, habe ich hier wieder zwei und ein bisschen bei 100 Hertz einfach noch ein bisschen so, dass das so ein bisschen Stabilität kriegt. Das hört man, glaube ich, auch kaum. Aber es bringt was später bei der Energie und so, wenn du das mixt, dass da genug Energie frei ist, dass das sich auch durchsetzt. So, dann würde ich sagen, checken wir doch mal ganz kurz ab, was ich im, also das sind die ganzen, das ist das Drumset, so habe ich es bearbeitet, mehr habe ich nicht gemacht. Wichtig ist halt, dass ihr euch wirklich harte, dicke Drums besorgt. Keine Billig-Drums. Na klar, man kann schrottige Drums nehmen und die danach aufpolieren, aufpolieren, aufpolieren. Aber wenn du schon gut klingende Drums hast, dann kannst du es ja nur noch noch besser machen. Na klar, man kann es auch schlechter machen, aber mit den Sachen, die man lernt, den wird ja schon geil. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen, Drum-Auswahl. Jede, jede Genre hat auch ein eigenes Drumset, sozusagen, was immer wieder benutzt wird, auch darauf hören, nicht einfach sagen, oh, ich nehme jetzt das Drumset für Trap und das Drumset, das gleiche Drumset nehme ich für Boom-Bab und dann nehme ich es auch für Drill. Das funktioniert nicht. Ihr müsst euch wirklich Gedanken machen, welche Drums werden benutzt, welche Drums passen nicht. Natürlich kann man seinen eigenen Style mit reinbringen und so, aber man sollte schon immer in dem Rahmen bleiben, um auch anerkannt zu werden und auch platzieren zu können, weil die Leute oder Künstler, die Beats haben wollen, die hören sich ja die Beats an und sagen, oh, guck mal, so ein Beat möchte ich haben und dann denken die sich, boah, geil, alles ist geil, nur die Drums, die du mir geschickt hast, die sind scheiße oder die passen nicht oder sonst was. Versucht euch an den großen Produktionen sozusagen sich da hinzuschielen und da einiges abzuschauen, weil das ist das, was auch alle anderen Künstler wollen. So würde ich das jetzt mal erklären. Gut, weiter geht's. Jetzt kommen wir hier zu der Buschspur, was ich da gemacht habe. Wir können ja einmal komplett ohne Buschspur anhören und dann machen wir die Spuren separat rein und dann hören wir, also die Plugins separat einzeln rein und hören wir mal, was passiert. Ihr hört, das ist gar nicht so schlimm, das ist eigentlich ganz cool so, aber irgendwie fehlt mir halt das, wenn man das nicht macht, dass das Drumset verklebt, das sagt man immer so, aber dass es dann so homogener wird, sich organisch miteinander verbindet sozusagen. Kannst du Sample Packs empfehlen, für fette Hip-Hop Drums? Ich bin ehrlich, ich kann dir jetzt kein bestimmtes Sample Pack nennen, wo ich sagen würde, boah, das ist das. Da musst du wirklich mal YouTube gucken, durchlesen, Foren und so. Ich habe halt meine mit der Zeit immer gesammelt und ich habe jetzt meine, die ich benutze und wenn ich da mal wieder was Neues suche, dann mache ich auch, gehe ich auf die Suche, höre mir Drums an, vergleiche die, auch mal einen Analyzer dazuziehen und so. Es gibt ja meistens, kann man die sich ja anhören. Dementsprechend würde ich das auch so machen. Also ich kann dir nichts empfehlen. Ach doch, vielleicht bei Reddit. Da kriegt man Free Drums und auch wirklich viel Schrott, aber auch sehr, sehr viele gute Drums, auch wirklich Industrie, Standard Drums, die kriegst du da auch. Einfach mal abchecken, sich ein bisschen schlau machen, so einen Link oder so habe ich jetzt leider nicht. Aber ich denke mal, wenn man sich da ein bisschen schlau macht, dann ist das kein Problem, heutzutage da ist das easy cheesy. So, das haben wir gemacht im Bus. Wir haben als, ich habe als erstes natürlich einen Buskompressor genommen, um das wie gesagt zu verkleben. Da gucken wir mal, was ich gemacht habe. Wir laufen, ohne Buskompressor hört sich das so an. Wir machen den mal rein und gucken, was passiert. Also, was habe ich gemacht? Wir lassen es erst mal laufen. Also, wir sehen ja hier, er macht schon relativ viel. Also, er geht bis 8 dB, kompressieren wir das Ganze. Ich habe die Attack natürlich wieder relativ hoch angesetzt, Release wieder relativ niedrig. Make-up habe ich halt so eingestellt, das können wir uns anhören, dass es sich halt mit dem hier einfach verträgt. So, jetzt machen wir sie rein. Ihr hört auch, das fängt auch an zu pumpen. Nicht zu viel, aber es soll auch ein bisschen pumpen. Normalerweise will man ja nicht, dass was durch den Kompressor so krass pumpt. Aber hier ist es okay, weil wir machen ja auch weiter und zwar direkt mit einem Distortion sozusagen. Ich habe ihn jetzt Clipper genannt, weil das ist ein Plug-in von der DAW an sich, von Logic und die macht ihren Job sehr, sehr gut. Auf die Fragen komme ich gleich noch mal. Lass mich das nur schnell fertig machen. Da gucken wir mal, was hier jetzt passiert. Wie ich mache den erst mal aus? Also, alles schon cool, schön und gut. Jetzt hauen wir den mal rein. Da habe ich auch das Ding komplett hochgezogen, dass er halt auch alles mitnimmt. Drive nur ein bisschen rein, Output auf minus eins. Mal sehen, was passiert. Aha. Es kommt schon ganz anders. Es kommt jetzt ein bisschen dirtier, aber hat auch diesen Punch, den ich möchte. Den machen wir raus. Ja, der Punch ist direkt ganz anders. Genau. Und das auch immer drauf, wenn es klappt, wenn ihr jetzt Drums habt, wo es nicht geht, dann nicht, aber ich würde immer mal so ein bisschen Distortion, Saturation immer rein machen. Danach habe ich einen Transienten-Designer reingemacht, um einfach nochmal so ein bisschen die Transienten rauszuholen, weil sie durch das ganze Kompressieren ja ein bisschen verloren gehen und dementsprechend werde ich jetzt hier auch mal zeigen, was damit passiert. Und jetzt noch rein. Ihr merkt, es ist ein bisschen spitzer, ist ein bisschen so, wie soll ich das erklären, kommt schöner rüber, hat mehr Höhen, Höhenanteile sind hier, werden auch nochmal hochgetragen. Es hört sich edler an. Es hört sich einfach schöner an. Einfach ausprobieren, mal gucken und weiter geht's. Da habe ich hier so ein Mark-IQ, das ist eigentlich so ein Mastering-IQ. Ich mag den aber sehr gerne, weil der das nochmal alles so schön poliert. Der bringt das nochmal irgendwie auf ein anderes Level und das hören wir uns auch nochmal an. Ich habe hier auch nicht viel gemacht. Hier habe ich die Höhen tatsächlich bei 2,5 Kilohertz um 0,5 dB angehoben und bei 40 Kilohertz und drüber, das ist aber auch eine Spezialität von diesem Plug-in, dass der über 40 Kilohertz sozusagen nochmal anhebt. Wir hören das nicht, aber es soll ja, es soll halt irgendwie im Mastering-Bereich nochmal so diesen Glanz und Schliff geben. Stimmt schon irgendwie, das macht auch irgendwas, aber erklären kann ich es jetzt nicht so genau. Deswegen hören wir uns uns einfach an. Habe ich aber auch nochmal drei reingehauen, also ab hier oben. Dann hören wir uns das jetzt nochmal an mit, also erstmal ohne. schon ganz ordentlich und stabil. Jetzt machen wir das nochmal hin. Ihr hört direkt, es kommt ein bisschen klarer, nochmal edler ein Stückchen, immer nur Stück für Stück. Man kann mit einem Plug-in zwar alles machen, aber immer so Stück für Stück machen. Das heißt, man kann mit einem Kompressor jetzt volles Brot reinhauen oder mit drei Kompressoren immer nur leise und ein bisschen mehr und das würde ich empfehlen. Immer Stück für Stück aufbauen, bis man den Sound hat, nicht immer nur volles Brot aufbauen, immer nur ein bisschen und dann immer Stück für Stück. Als nächstes habe ich dann ein Virtual Tape. Ja, könnt ihr auch nehmen. Wie gesagt, ihr könnt auch jedes andere Plug-in nehmen. Diese Plug-in sind jetzt keine Pflicht. Ich habe mich einfach genommen, weil ich die habe. Jede DAW hat eigentlich alle Werkzeuge, die man genau für das braucht. Hier habe ich einfach nochmal eine Tape-Maschine reingemacht, damit das Drum-Set nochmal so fett wird und dick. Wir hören uns das mal ohne an. Ist schon super und schon dick und schon stabil, aber jetzt kommt nochmal Wärme rein. Der ist auch voll am Anschlag und so. Egal, hört sich geil an. Hier kann man den Impul halt verändern, ist auch nicht. Also rein, raus oder rein. Ja, und dann macht ihr das so lange, bis es für euch sich gut anhört. Es gibt dafür keine Formel. Wenn es sich nicht gut anhört, hört es sich nicht gut an. Wenn es sich gut anhört, hört es sich gut an. Hier habe ich halt, wie gesagt, so 5 dB anscheinend so reingemacht. Hat sich mit meinem Ohr gut angehört. Und dann habe ich das so gelassen. So, wir haben jetzt das komplette Drum-Set besprochen, wie ich es bei Drill mache. Wir gehen nochmal rein, hören das Drum-Set. Schön saftig, dick. Aber, wir haben immer noch Headroom. Hier unten, dreieinhalb. Habe ich immer noch Headroom gelassen, weil, wie ich habe ja gesagt, dann nachher zeige ich euch nochmal schnell, wie wir das hier schön laut kriegen. Das ist das ganze Drum-Set. Jetzt gucken wir mal, wie wir das mit den anderen Sachen in Einklang gebracht haben. Eigentlich ganz easy. Da habe ich hier einfach immer auf die Mains, also jetzt hier drauf eingehen, da habe ich halt hier Neutron und so, da habe ich halt verschiedenste Sachen. Natürlich muss man das auch mixen und so. Das erzähle ich dann mal wann anders. Habe ich aber immer auf die Main, also auf die Gruppen von den verschiedenen Signalen, habe ich natürlich auch immer einen Kompressor drauf gelegt, nochmal ein IQ, wie ihr seht. Je nachdem. Kommt immer drauf an, was ihr für ein Sample habt. Und dann habe ich das nochmal ein bisschen mit so einem Wider 20 Prozent auseinandergezogen, einfach nur, damit das schön auch an den Seiten irgendwie Signale sind. Und das hat sich auch schön angehört. Das ist alles eine Sache des Geschmacks. Man kann natürlich sagen, ja, ein Mix muss weit sein. Nee, muss er nicht. Der kann auch nicht weit sein. Also es ist wirklich Geschmackssache alles. Und hier habe ich dann immer dieses Plug-in-Duck-out benutzt. Man kann auch wirklich jetzt, ich habe das jetzt nur drin, weil es mir die Arbeit mega erleichtert. Du kannst jetzt auch dahin gehen und sagen, okay, ich nehme einen Kompressor und lasse den das dann machen. Oder einen Multiband-Kompressor oder einen Equalizer, einen Dynamischer. Das geht alles. Ich benutze das einfach aus Zeit und aus Gründen, weil wieso soll ich mir die Arbeit schwerer machen, wenn es auch leichter geht. Wir hören uns das mal an, schnell, mit und ohne Drums. Einfach machen wir mal den ganzen Beat. Natürlich, jetzt ist der Bass übertrieben laut und so. Das ist auch so gewollt von mir, weil ich euch das ja auch zeigen wollte. Aber die Hauptsache, was ich euch sagen will, ist, versucht immer die Melodie, wirklich, wenn die Kick kommt beim Hip-Hop, bei Drill oder bei Trap, bei Boom-Bap teilweise auch, versucht die immer sozusagen zu ducken, runterzudrücken. Irgendwie, wenn die Kick kommt, damit die schön Platz hat und das hat auch so einen geilen, das hat einen schönen Effekt. Das hat wirklich einen schönen Effekt, dass das auch pumpt. Darum geht es ja. Es soll pumpen, pumpen, pumpen. Die Drums sollen nach vorne, die sollen einfach nicht mehr aufhören zu zerschmettern. Das ist so, was ich immer mir denke, wenn man Hip-Hop hört, dann will man auch geile Drums und es soll ja auch knallen. Dementsprechend auf alle, hier auf den habe ich das, wie ihr seht, auf den Chor habe ich das, wie ihr seht, auf die Hits habe ich das sogar, wie ihr seht. Und wir hören uns das immer das Ganze ohne Drumset an, nur die Melodien und so und die Samples. Hört ihr das? Es hört sich eigentlich alles total schräg an. Also es hört sich an, es wird leise, lauter, es ist ein bisschen verzerrt, voll komisch. Aber im Kontext, ich lasse es nochmal laufen. Hey, das ist ja irgendwie voll komisch und so. Nein, ist es nicht, weil, wenn wir jetzt das Drumset mit reinnehmen, das ist das, was gefehlt hat. Und jetzt ist es voll. Jetzt fehlt auch nicht. Jetzt hört man es auch nicht mehr so raus, dass es irgendwie übersteuert oder teilweise nicht so ein schöner Sound ist und es weggedrückt wird und so. Aber das will ich ja. Das ist Hip-Hop. Das soll eine gewisse Dreckigkeit mitbringen und durch diese Dreckigkeit kommt auch das, sage ich mal, das Geile bei Hip-Hop. Man kann natürlich auch alles wunderschön und alles ist schön und gut und so, aber Hip-Hop ist in erster Linie immer Feeling. Und wenn das Feeling nicht stimmt, dann kannst du den best abgemistesten Track haben. Juckt keinen. Also lieber das Feeling transportieren als irgendwelche Mixing-Sachen. Das ist mir ganz wichtig und dementsprechend sind auch einige meiner Mixer voll übertrieben basslastig oder auch nicht. Aber das möchte ich ja so. Ich möchte das so und dementsprechend feiern die Leute auch meine Beats oder auch nicht. Das ist ja auch immer Geschmackssache, sage ich mal. Bei mir ist das wirklich so, dass ich sehr, sehr viel Wert auf die Drums lege und dementsprechend halt auch mir da Mühe gebe. Das würde ich euch auch empfehlen. Drums, lass knacken. Lass krachen, lass nichts dazwischen kommen. Drums sind das Wichtigste beim Hip-Hop. Du kannst irgendeine blöde Melodie spielen. Hau die Drums richtig fett rein. Interessiert keinen mehr. Ich bin ehrlich. So. Wir hören uns den Song noch einmal an. Dann sind wir mit dem hier fertig. Ich habe euch erklärt, wie die Drums sind, wie dies, das. Ah, genau. Ich zeige euch jetzt nochmal meine Kette und dann zeige ich euch nochmal eine schnelle Parallelkompression. Und ich lese nochmal eine Frage vor. Welche Kopfhörer und Monitore benutzt du? Gibt es was, das du empfehlen würdest oder sagst du, das ist eher zweitrangig? Ich habe AKG-Kopfhörer, 712 oder irgendwie so, ich habe keine Ahnung. Und so ganz, ganz alte M-Audio-Boxen. Ich hatte dann auch mal eine Zeit an der KRK. Es geht aber gar nicht darum, dass du die teuersten und die krassesten Boxen hast. Du brauchst schon sicherlich Boxen, die in gewissen, die das ganze Spektrum abspielen. Aber am wichtigsten ist, dass du deine Kopfhörer oder deine Boxen kennst. Denn wenn du weißt, okay, die Boxen sind in dem und dem Bereich matschig, da kannst du immer dagegen arbeiten. Ist wirklich so. Du kannst halt auch, jetzt nicht mit Hi-Fi-Boxen, aber jetzt nicht mit so mittelmäßig teuren Boxen, kannst du schon gut mixen und auch relativ gute Ergebnisse erzielen. So ist das nicht. Es kommt wirklich darauf an, wie gut du deine Anlage, deine Geräte, deine Werkzeuge kennst. Dementsprechend kannst du damit auch arbeiten. Genau. Regeln sind da, um gebrochen zu werden. So sieht es aus. Das gefällt mir. Gut, mit dem Song sind wir durch. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht. Ich habe jetzt noch eine Kleinigkeit vorbereitet. Und zwar, ziehe ich das mal so rüber, haben wir nochmal eine kleine Sache. Ich wollte noch über Parallelkompression sprechen. und zwar die Parallelkompression auf Boom-Bab-Beats. Also es wird ja heutzutage nicht mehr so angewendet eigentlich, außer der Song gibt es her. Ich würde aber trotzdem empfehlen, wenn ihr Boom-Bab macht zum Beispiel. Und Boom-Bab, das sage ich euch, kommt wieder zurück. Boom-Bab wird auf jeden Fall, ist immer da, das ist nämlich auch Hip-Hop und daher kommt der Hip-Hop ja tatsächlich auch. Wir hören uns mal einen Beat an, wo keine Parallelkompression drauf ist. Es ist jetzt kein Meisterwerk. Ich habe einfach einen Loop gemacht, damit ich euch das hier demonstrieren kann. Und dann schauen wir mal rein. So, wie ihr seht, ganz easy. Hip-Hop, ah, sorry, die Mastering-Kette zeige ich euch gleich. Versprochen zeige ich euch gleich. Dann machen wir die jetzt Parallelkompression und mache ich danach nochmal schnell die Mastering-Kette. Ja, hier sind drei Spuren, ganz easy, damit ich euch das zeigen kann. Das ist der Drum-Loop. Ich sage mal so, es gibt ja Drum-Loops, wo bei Hip-Hop, wo einfach ein geiler Drum-Loop läuft und die Leute rappen einfach drauf, Boom-Bab-mäßig. Und dann braucht man auch diese, das kann man zwar programmieren, aber es ist irgendwie immer geiler, wenn man jemanden hat, der das gespielt hat und das dann nimmt, weil der Flow und ich sage mal, das ganze Timing auch ganz anders ist. Wir hören uns das Drum-Set an. Ja, das ist eigentlich ganz cool. Was habe ich gemacht? Ich habe einfach noch ein Putec draufgelegt, ein bisschen die Bässe angehoben, hier bei 100 Hertz, also die Bässe, nicht, aber die Tiefen und auch gleichzeitig ein bisschen gesenkt. Ja, ein bisschen weiter gemacht, dann hier ein bisschen geboostet bei 3K. Dementsprechend auch wieder ein bisschen runtergeholt. Wir machen mal an und aus. Ohne. Mit. Ist ein bisschen dicker. Schön. So, aber wir wollen ja, dass es ein bisschen mehr knallt, dass es auch ein bisschen, sage ich mal, moderner sich anhört und so. Und deswegen machen wir jetzt eine Parallelkompression. Das heißt, wir nehmen dieses Drum-Set, kopieren es einmal und machen dann auf dieses Drum-Set sozusagen drücken wir das komplett zusammen, sodass es richtig fett ist, aber die Transienten komplett verschwinden. Deswegen haben wir ja den Original-Loop. Davon benutzen wir die Transienten und mit dem kompressierten Loop damit nehmen wir sozusagen die Fettheit und vielleicht auch noch so ein bisschen in den Höhlen so ein bisschen kristalliner und so. Das hört man raus gleich, sodass das zusammen einfach sich besser anhört. Man muss aber aufpassen bei Phasenproblemen. Kann vorkommen, wenn ihr zu viel Bearbeitung drauf macht. Das heißt, hier zehn Plugins und so. Und dann kann es vorkommen, dass sich da die gewissen Frequenzen auslöschen. Das hörst du auch. Das hörst du sofort. Und wenn nicht, kann man das ja auch nachprüfen. Und da würde ich immer aufpassen, immer mit Vorsicht, Parallelkompression, aber es klappt schon meistens. Wir hören uns das jetzt mal an. An was habe ich dann gemacht sozusagen? Wir schieben den mal rein. Das ist jetzt ohne. Und jetzt mache ich den einfach mal an. Ihr hört genau. Es kommt knackiger. Höhen sind ein bisschen präsenter. Die Tiefen haben mehr Druck. Und das ist ja das, was wir erreichen wollen. Was habe ich gemacht? Ich habe hier sogar tatsächlich bei underhalb K ein wenig rausgenommen und zwar 1,5 dB, weil es mir zu harsch wurde, wenn es danach in den Kompressor ging. Aber das habe ich wieder rausgeholt. Ich habe hier einfach Ratio von 8, Input reingehauen, hier ein bisschen am Output gespielt. Attack komplett rein. Also so schnell wie möglich, damit der auch die Transienten komplett zerstören kann, weil die brauchen wir nicht. Die haben wir ja beim Original. Dementsprechend den Release, so lang wie es geht, damit das auch nicht abklingt und das einfach die ganze Zeit gesquasht ist. Da drauf habe ich hier dieses Plugin. Das gibt so ein bisschen Schimmer. Da gibt es verschiedenste Plugins. Da müsst ihr mal gucken. Ich glaube, es gibt eins. Das heißt, ich glaube, Fresh Air. Müsst ihr mal gucken. Das ist sogar umsonst. Das ist teilweise sogar besser als noch das. Das könnt ihr auch zum Beispiel benutzen, um Sachen aufzupolieren. Ich glaube, ist von State Digital. Kann das sein? Auf jeden Fall eher Fresh Air. Oder Fresh Air. Das ist das Gleiche. Und ist umsonst. Und dementsprechend habe ich hier halt die Höhen. Wir können es jetzt mal anhören. Wenn ich das ausmache. Ihr hört direkt, das scheint ein bisschen mehr und auch sozusagen ein bisschen mehr Druck habe ich hier unten auch noch reingegeben. Und dann hört sich das halt so an. Wir können den mal rausnehmen. Ihr hört direkt, kein Dampf, kein Druck. Und wenn ich das reinlege, direkt. Ich würde euch immer empfehlen, lasst den normalen Loop laufen und dann schön rein damit. Langsam. Man kann es halt auch übertreiben. Ne, hier. Ne, aber das wollen wir ja nicht. So tief. Ja. Das sitzt. Natürlich kann man jetzt noch dementsprechend nochmal IQ ein bisschen arbeiten. Vielleicht noch ein Kompressor. Vielleicht noch hier und da. Das ist dann aber Feinjustierung. Das kommt immer auf den Loop drauf an. und was man natürlich auch erreichen möchte. Eine kleine Sache habe ich noch, bevor wir dann nochmal rüber gehen und ich euch die Mastering-Kette erkläre. Und zwar habe ich, du kannst ja einmal diesen ganzen Loop nehmen und das sozusagen squaschen und dementsprechend ja, drunter mischen und dass es sich dick anhört. Du kannst aber auch sagen, du hör mal zu, ich brauche die Snare gar nicht und die Hyatt, weil wenn ich die mit reinmache, dann hört sich das zu viel an. Dann ist es zu viel Höhe, hört sich harsch an, tut in meinem Ohr weh. Das passiert, kann passieren. Dann kann man entweder gegenarbeiten mit dem IQ oder da gibt es ja die witzigsten Plugins hier, WUS-I2 glaube ich oder weiß ich gar nicht, wie die anderen heißen, aber so Plugins, die dann diese Harschniss rausnehmen, die dann halt so was, die arbeiten wie ein dynamischer IQ sozusagen. Aber halt nur an den Frequenzen, die halt so als Peaks rausgehen. Das kann man aber auch mit dem anderen IQ selber einstellen. Das wollen wir nicht machen, wir wollen einfach, dass die Kick und die Snare zum Beispiel fett wird. Dann würde ich, das würde ich dann so machen, dass ich den Drumloop nehme, der ist hier und dann zerschnippel ich den in seine Einzelteile. Das heißt, ich habe hier oben nur die Kick. Hier unten habe ich die Snare, hier habe ich die Harsch. Das sind nochmal andere Kicks, die habe ich nochmal einzeln geschnitten. und dann kann man eigentlich ganz normal die Kick zum Beispiel nur drunter legen unter dem normalen Loop. Das probieren wir jetzt mal. Ohne und jetzt mit. Dann kann man hier ein bisschen, dann hört ihr schon, Druck ist da. Und das gleiche kannst du auch zum Beispiel nochmal mit der Snare machen, haust du die Snare nochmal rein. Das ist halt, damit kann man halt rumspielen. Das würde ich empfehlen, wenn ihr zum Beispiel ein Drumset habt und sagt, boah, die Snare-Hyatt ist geil, aber die Kick kommt nicht oder umgekehrt. Umgekehrt, dementsprechend könnt ihr halt auch damit rumspielen. Nur mal so als kleiner Tipp und dann sozusagen da alles mit fett machen. Das waren meine beiden Sachen, die ich euch unbedingt mal zeigen wollte. Jetzt aber nochmal ganz kurz zu meinem Mastering sozusagen, was ich euch gerade gesagt habe. Das habe ich leider nicht ganz geschafft. Das laden wir schnell hoch. Dann zeige ich euch das nochmal schnell und dann sind wir auch schon durch. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich habe schnell geredet. Ich mache das nicht so oft. Hauptsache, ihr hattet ein bisschen Spaß und konntet ein bisschen was lernen. Ein paar Fragen beantworte ich sofort. Lass mich nur noch das machen und dann erkläre ich nochmal ein paar Sachen. So, wir hören uns den Beat nochmal an, weil wir ihn ja schon vergessen haben. haben wir gesagt, ich kann es nicht sagen. Ich kann es nicht sagen. das ist jetzt ohne mastering kette haben wir jetzt rein so jetzt haben wir den beat gehört ohne mastering kette schon schön dick aber wie ihr seht haben wir unten auf jeden fall so ein bisschen genug headroom auf jeden fall wenn man ein bisschen was machen kann was ich jetzt gemacht habe hier unten das ist das habe ich nur da reingelegt um das zu vergleichen mit anderen mastering plugins ich probiere das immer aus es gibt so viele mastering plugins so viele wege um ans ziel zu kommen und ich versuche immer wieder neue wege zu gehen oder auch zu gucken zu vergleichen ist das plugin besser das das müsst ihr selber entscheiden mit welchen plugins ihr arbeitet für mich sind zeit diese hier und das ist jetzt nicht mein end mastering sondern das ist einfach nur mastering also ein pre master um die beats dick zu machen vorzeitbar zu machen dass die auch gegen andere beats bestehen wenn man sie zum beispiel wenn sie zum beispiel ein rapper die sachen anhört oder ein künstler und dann hört er als schön fett gemachte beats und dann kommt deiner und der ist halt nicht so laut egal ob er besser ist oder nicht wird den überspringen alleine nur weil er dem feeling nicht kommt und dementsprechend machen wir das jetzt lauter als erstes mache ich hier den kramer tape rein immer ich weiß nicht es gibt mir so eine gewisse vintage und dickheit die ich mag und da kann man auch wieder jedes tape nehmen und einfach mal ausprobieren was einem liegt dann haben wir jetzt ohne tape und mit tapern mit gehört die drums sind wuchtiger gleich so ein bisschen so danach direkt wieder ein kompressor zum verkleben des ganzen weil ich will ja auch dass die melodien und die harmonien und die ganzen samples mit den drum sich auch noch mal verkleben das heißt ja nicht nur dass die drums kleben müssen das muss ja alles irgendwie zusammen sein und dementsprechend haue ich dann meistens noch mal hier so eine bus kompressor rein man kann auch mastering kompressor nehmen oder so ist eigentlich egal hauptsache man verklebt und das hört sich gut an einstellung ganz easy hier attack auf eine millisekunde so relativ also schneller als bei den kicks auf jeden fall und aber auch nicht das ist auch schon sehr sehr langsam und release auf automatisch so dass sich da gar nichts passiert make up einstellen wie es passt ratio habe ich hier auf vier man könnte auch auf zwei gehen aber ich habe es jetzt einfach mal auf vier gemacht hat so gepasst hören wir uns das an ohne mit mit ihr hört richtig die höhen kommen noch so ein bisschen raus es wird alles ein bisschen verklebt die kick ist zwar nicht mehr so durch knackig aber da kümmern wir uns ja jetzt drum und als nächstes habe ich wieder ein putex einer meiner lieblinge übrigens wie ihr mitbekommen habt und hier wieder boost rein wieder ein bisschen was rausgenommen bei 12k habe ich hier ein bisschen was reingemacht und so also noch mal ein bisschen aufpoliert das ganze einfach hinhören das ist wirklich alles da müsst ihr da gibt es keine formel für da müsst ihr einfach gucken manchmal ist auch weniger mehr manchmal ist auch mehr weniger also wie es passt also einfach ausprobieren mit ohne nicht es war sehr sehr subtil aber das macht viel aus als nächstes habe ich noch mal ein iq und hier habe ich wie gesagt dass wieder dieser mark iq 4 und hier habe ich halt wieder bei 5k 2 angehoben und bei zweieinhalb k auch noch mal so um die 1 db das war es auch schon einfach nur um das ganze noch mal so ein bisschen ja ich sag mal glanzvoller oder auch ein bisschen ja sich luxuriöser anhören zu lassen ja weil das ist wichtig beim rap ganz wichtig okay danach habe ich ein imager gesetzt einfach nur um die stereo weiter ein bisschen auseinander zu ziehen dass sich das einfach auch ein bisschen sage ich mal nicht so mono anhört oder so oder halt der professioneller sich anhört dass auch sage ich mal wenn falls da mal einer drauf rappen sollte er auch ein bisschen platz in der mitte hat deswegen einfach ganz easy ich habe noch nicht mehr irgendwie was gemacht einfach reingelegt hat sich gut angehört da brauchen wir auch nichts mehr fummeln war super und als letztes habe ich das ganze ding natürlich lauter gemacht ne machen wir ohne ohne jetzt machen wir den rein ihr seht jetzt ist es schön laut jetzt haben wir hier 0,2 ceiling das heißt ist jetzt alles voll ist kein platz mehr dies das so kann man den rausschicken zumindestens als premix für rapper und künstler oder irgendwen damit sie sich das reinziehen können so dann wären wir erst mal so weit durch ich gehe noch mal auf ein paar fragen hier ein im chat gibt es eine ungefähre lautstärke an der man sich bei den drums orientieren sollte spezifisch für boom bap und oder trap ich kann jetzt nicht sagen hier muss jede kick muss auf minus drei db oder so ich kann dir aber immer nur sagen versuche immer headroom zu lassen ja wenn wenn die kick nicht laut genug ist dann nimm alles andere runter weil im mastering kannst du alles gleichzeitig wieder hochziehen und dann hast du deine balance wieder also wenn die kick zu leise ist ist alles andere zu laut würde ich jetzt mal so dir auf dem weg mit geben machst du auch beats mit akm pc damit habe ich tatsächlich angefangen ich mache schon sehr sehr lange beats und als ich angefangen habe beats zu machen da war das noch mode und modern mit mpc beats zu machen ich habe mit mpc beats gemacht die hatte zwei megabyte und das waren 21,9 sekunden mono sample rate und in diesen 21,9 sekunden mono sample rate musste ich den ganzen beat drums samples egal was rein basteln und so habe ich angefangen tatsächlich ja machst du und kannst du eine dhw empfehlen ja ich kann keine dhw empfehlen weil ich glaube jeder hat seinen favoriten für mich ist logic gut und damit habe ich mich halt reingearbeitet weil ich auch viel recorde viel mixing mache auch für rapper und mastering geschichten und so und da wurde ich eine dhw für alles weil früher war fruity loops fl studio nicht so weit mit vocals und so dementsprechend habe ich mich halt sehr sehr früh mit logic beschäftigt und bin halt auch so dran hängen geblieben ist aber egal welche dhw du benutzt hauptsache du kennst dich damit aus wenn man seine spuren zum mission wenn man seine spuren zum mission an ein engineer schickt sollten die spuren dann komplett unbearbeitet sein oder können auch kleine bearbeitungen auf den spuren liegen das kannst du ja mit dem engineer auch gerne besprechen also wenn du was gemacht hast was sehr speziell ist was jetzt nicht so leicht nachzubauen ist ein effekt oder so dann würde ich natürlich drinnen lassen weil der engineer hat ja keine ahnung wie er den dann nachbasteln soll zumindestens vielleicht nicht so wie du ihn gemacht hast ich würde immer headroom lassen du kannst natürlich ein bisschen bearbeiten du kannst ruhig drinnen lassen aber ich würde dir immer effekte die sehr speziell sind drinnen lassen und alles andere bisschen runter was der engineer dann halt auch selber hochdrehen kann nimm mal einen song den du für einen großen künstler produziert gemixt und gemastert hast äh juri wie würdest du die wie würdest du die wave trackouts exportieren und zum verkaufen ja 24 bit wave ganz einfach und viele machen auch stem mastering das heißt dann kriegt der mastering engineer eigentlich da fehlt der typ in der mitte der mixing typ dann werden einfach nur drums melodie und vocals einzeln geschickt also als drei spuren oder so und dann wird das so gemacht ja dann würde ich sagen vielen dank erstmal ich hoffe ihr habt so ein bisschen was mitbekriegt ich habe ein bisschen überzogen sorry ich kann es immer nicht so richtig einschätzen und ich hoffe man sieht sich wieder und neue musik und beats folgen peace auch Vielen Dank.